Donnerstag, 28. Juli 1914. Schild und Schwert gespielt. Das Spiel ist sehr interessant und noch lange nicht zu Ende. So bin ich bei vielen nicht beliebt. Warum? Gutes Liebchen, mein Lieber. Ich könnte mir für mich solch einen Mann nicht vorstellen. Du liebe, süße, kleine Frau. Unser Paradies, das wir uns gebaut haben, kann uns kein Mensch zerstören. Mir tut es so leid, dass ich unseren Hochzeitstag zum ersten Mal übersehen habe. Ich habe heute unmenschlich viel zu tun gehabt. Unsere Rache wird wunderbar. Wie herrlich wird unser Leben sein. Alle bekommen die Orden und Auszeichnungen. Nur Papi nicht. Wenn er nicht wäre, dann wäre manches anders. Was war dein Mann? Mein Lieber Geliebter, bist du brav und anständig?